und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute mal wieder mit einem set von kobe und kobe hat ja wirklich sehr sehr große flugzeuge große schiffe gerade bei den panzern ja jetzt auch mit dem neuen flaggschiff dem riesigen tigerpanzer aber wenn man nicht gerade eine villa besitzt dann ist man da platzmäßig auch immer mal ein wenig eingeschränkt und deshalb mag ich kobe so sehr weil sie von diesen großen sets auch immer kleine alternativen mit anbieten so ist es auch zum beispiel bei der mustang diese gibt es in verschiedenen größen mit der top gun mirrorik lizenz wir haben zum beispiel die 5806 die hat um die 260 teile und kostet circa 30 euro bei kobe und hier haben wir jetzt das kleinere set top gun mirrorik p51d mustang wie gesagt alles offiziell lizenziert im maßstab 1 zu 48 und diese hat circa 150 teile trägt die set nummer 5847 und ist bei kobe direkt für 20 euro zu erwerben man bekommt sie aber auch hin und wieder mal für 15 euro in irgendeinem sale bei einem anderen händler und ich sehe es ja immer so über die riesigen flaggschiff sets da möchte immer jeder reden aber die kleinen werden manchmal etwas vernachlässigt obwohl die meiner meinung nach noch mal sehr viel lebens näher sind weil sie eben in so gut wie jeden haushalt passen und man nicht dafür irgendwie eine extra stadtvilla anmieten muss und deshalb schauen wir uns heute zusammen dieses kleine süße set von kobe an es handelt sich dabei wie gesagt um eine offizielle lizenz wir haben die top gun mirrorik lizenz und es ist eine doppel lizenz denn auch boeing hat das ganze lizenziert so dass wir den flugzeug typ und die serie dazu lizenziert haben dann ist es auch noch so dass dieses set pad printed ist also wir haben hier keine sticker dabei die maße von dem set haben wir hier auch noch mal und zwar wird das ganze 20 zentimeter lang 9 cm hoch wenn es so in dieser abhebe position steht und es ist 23 cm breit wir haben hier auch noch mal die daten zum echten vorbild ihr könnt euch das ganze gerne durchlesen wenn euch das ganze interessiert und hier seht ihr noch mal die verschiedenen lizenzen die auf diesem set sind sehr viel mehr sehen wir bei der verpackung aber gar nicht und da würde ich sagen machen wir das ganze mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an die verpackung ist leider wieder so eine die nur geklebt ist und man sie deshalb beim öffnen gewissermaßen zerstören muss wenn man das ganze natürlich mit einem feinen cutter messer macht sieht das noch mal besser aus aber ich fände es schön wenn wir hier laschen hätten und das ganze mit einem klebesiegel gemacht wäre und nicht die gesamte seite verklebt ist wir kennen die verpackung aber so ja schon von kobe was wir auch von kobe kennen sind die vielen tüten für die wenigen teile aber auch dass man auf den ersten blick direkt hier schon die prints durchschimmern sieht über die steinequalität reden wir wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung die papierqualität ist wirklich gut das ganze ist klammer gebunden und die abbildungen sind so wie wir das von kobe gewohnt sind es wird alles ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird dann in vollfarbe dargestellt ich hatte noch nie probleme mit kobe anleitungen und ich denke das wird hier auch nicht anfangen wir haben insgesamt 25 bauschritte für die teile und hier habe ich noch mal die teile liste für euch wenn euch das ganze interessieren sollte könnt ihr euch das video wie immer gerne an der stelle die euch interessiert anhalten auf der rückseite sehen wir dann noch andere sets aus der top gun memory reihe wie die f14 tomcat was natürlich für diesen film gewissermaßen steht und wir haben auch noch die ganz große p510 mustang mit der set nummer 5846 wenn ihr auch von diesen flugzeugen mal etwas sehen wollt schreibt mir das gerne in die kommentare sie sehen auf jeden fall auf den ersten blick auch richtig gut aus die kleinen kobe flugzeuge haben es mir ja wirklich schon angetan also besonders die focker roter baron hat mir richtig viel spaß gemacht und ich hoffe dass das jetzt auch bei dieser ganz kleinen p 51 d mustang so weitergeht wir finden das zusammen raus und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen set wieder ich denke wir brauchen bei 150 teilen keinen zwischenbauschritt und damit ist die top gun maverick mustang doch auch schon fertig der bau dauert ungefähr 20 minuten wenn man mit kurbi jetzt nicht allzu vertraut ist und nicht mit den verschiedenen steinen die kurbi so verwendet sie haben ja doch sehr eigene formen dann braucht man vielleicht noch mal fünf bis zehn minuten länger also sagen wir mal gut eine halbe stunde muss man für den bau hier einplanen es gab mit der anleitung kaum probleme kaum heißt aber es gab ein kleines problem was ich hatte und zwar haben wir in diesem set vereinzelt silberteile und die müssen hier vorn angebracht werden hier dann hier drunter und hier ist noch ein längliches aber man kann die silberteile in der anleitung so gut wie nicht von den anderen grauen teilen unterscheiden ich finde das hätte man auf jeden fall besser lösen können viele hersteller haben ja bei besonderen teilen so silberteile goldteile so ein glitzer symbol daneben oder versuchen es noch mal anders hervorzuheben darauf hat kurbi hier verzichtet die teile sind nur etwas dunkler als die hellen teile dargestellt und das sieht man nicht gerade auf den ersten blick und gerade bei kurbi die eine hohe klemmkraft haben ist verbauen sehr ärgerlich weil kurbi auseinander bauen jetzt nicht wirklich das spaßigste ist was man machen kann das ist aber auch anleitungsmäßig das einzige wo ich probleme hatte sonst gab es dort keine die steinequalität habe ich schon angerissen vom baugefühl ist das wirklich gut aber eben kurbi typisch man braucht mehr kraft um die steine aufeinander zu drücken es ist alles in einem erträglichen maße aber auch die klemmkraft ist am ende eben fester als bei vielen anderen herstellern wie gesagt das ganze ist kurbi typisch die steinequalität im aussehen sprich die farbtreue und die kratzerfreiheit ist kurbi typisch sehr sehr gut auch die druckqualität ist wirklich sehr sehr gut wir haben hier keine billigdrucke sondern wir haben hier hochwertige deckende drucker sie treffen die steinefarbe oftmals sehr gut es gibt nur kleine stellen wo es da probleme gibt aber das schauen wir uns jetzt natürlich noch mal genauer an denn diese drucker habe es auf jeden fall verdient noch mal genauer gezeigt zu werden wir haben einmal den bedruckten propeller soweit so standardmäßig dann haben wir auch diese zwei teile hier bedruckt das ist jetzt kein überragender oder spektakulärer druck aber er ist eben mit dabei dann haben wir hier oben das captain pete mitchell mererick gedruckt quer auf einen stein drauf was man erst mal hinbekommen muss und das ganze ist trotzdem lesbar wir sehen aber auch in dieser einstellung noch einen kritikpunkt zur steinequalität den man im nahen besonders sieht und das sind die angusspunkte von kobe leider ist das auch bei kobe so standard man ist das gewohnt aber das ist der eine punkt wo sie aussehensmäßig auf jeden fall noch fortschritte machen können und jetzt kommen wir zum absoluten druckhighlight dieses sets wir haben ein 150 teile set und alleine dieses logo hier besteht aus 1 2 3 drucken 4 drucken 5 drucken auf der anderen seite 6 drucken 7 drucken 8 drucken 9 drucken wir haben allein in diesem logo was sich auf beiden seiten befindet 9 prints bei dem übergang dieser sternzacke haben wir einen kleinen absatz die anderen übergänge sind auf jeden fall besser gelungen aber wie krass ist das dass wir hier einfach 9 prints alleine an dieser stelle haben und wie gesagt die prints sehen gut aus denn es sind eben hochwertige prints man sieht auch wie gut hier die steinefarbe getroffen wird denn zum beispiel das ist ein schwarzer stein das ist der print dazu und man sieht den übergang so gut wie nicht und als letztes ist auch dieses teil hier noch bedruckt alles schon wirklich wahnsinn wie viele hochqualitative drucke wir in so einem kleinen set hier finden spielfunktionsmäßig haben wir nicht viel dabei wir können den propeller drehen wir können das ganze über die reifen rollen lassen das funktioniert auch ziemlich gut und das war es auch schon wir können ja kein fahrwerk einfahren das geht erst ab der nix größeren variante mit 250 teilen und wir haben auch keine figur dabei es ist wirklich nur das reine flugzeug das stört mich aber auch überhaupt nicht denn hier handelt es sich um ein display set das muss gut aussehen und das schafft es meiner meinung nach für diese größenordnung wie kein anderer hersteller hier sieht man einfach diese besonderen steine die kobe verwendet kommen richtig richtig gut hier zur geltung also ich hatte auch mit diesem kleinen set wieder eine menge spaß und dementsprechend gibt es auch eine kaufempfehlung von mir 20 euro für 150 teile ist natürlich nicht gerade günstig aber hier bekommt man für diesen preis qualität und damit ist das für mich auf jeden fall gerechtfertigt wenn du dieses set selber besitzt schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare es würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch auf jeden fall einen guten rutsch ins neue jahr 2024 viel glück viel gesundheit und alles was ihr euch auch selber wünschen würdet und ich hoffe wir sehen uns auch 2024 in einem hoffentlich besseren jahr wieder auf diesem kanal haut rein euer vedibrick es ist herbst es ist warm mir ist dennoch kalt gerade wenn ich morgens aus dem bett raus fall die verpackung ist leider wieder so eine die nur geklebt ist und man sie deshalb beim zerstören gewissermaßen jungen warum hast du nichts gelernt die 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 e die Bis zum nächsten Mal.